Die meisten kennen sich nicht mehr wirklich mit Technik aus, können nur noch einen TFT-Monitor oder Smart-TV mit HDMI-Kabel an PC oder an Laptop oder an Videoplayer anschließen. Einige erkennen noch einen VGA-Stecker, aber das war es dann auch. Keiner kann scheinbar mehr einen Monitor mit F-Bass-Signal, mit HF-Signal, Composite oder RGB-Analog oder TTL oder SCART anschließen. Und so werden viele Geräte und Monitore einfach als defekt verkauft. Dieser wunderschöne Commodore 1084S-Monitor ist ein wirklicher Klassiker. Der ist jetzt mindestens mal 30 Jahre alt, wahrscheinlich älter und den habe ich für sage und schreibe 20 Euro bekommen als defekt. Und was habe ich gemacht? Gar nichts. Ich habe nur einmal das Gerät abgestaubt, habe den angeschlossen mit den richtigen Steckern, mit den richtigen Kabeln und der hat auch direkt funktioniert. Da war überhaupt nichts kaputt. Der Vorbesitzer hat gesagt, da kommt kein Bild, da sind wahrscheinlich Kondensatoren defekt. Da ist vielleicht der Zeilentrafo defekt, aber das war alles gar nicht richtig. Der hat direkt funktioniert und war niemals kaputt. 20 Euro für dieses Gerät, das ist wirklich ein super Schnäppchen. Das ist kurz vor umsonst. Die Geräte hier, diese Commodore 1084S-Farbmonitore, die werden normalerweise gehandelt gebraucht. Auch zwischen 100 und 300 Euro und selbst für ein defektes Gerät, was wirklich defekt ist, in einem ganz schlechten Zustand, kriegt man momentan noch 100 Euro. Und der Vorbesitzer, der hat eben das Gerät nicht richtig angeschlossen. Der hat überhaupt keine Signale mehr gekannt. Der kannte den Unterschied nicht zwischen HF-Signal, F-Bus, zwischen Chinch-Stecker, zwischen DIN-Stecker und so weiter. Und da hat er einfach kein Bild hinbekommen. Da dachte er, okay, der ist kaputt und hat den eben kostengünstig abgegeben. Analoge Monitore haben natürlich auch analoge Signale, analoge Eingangssignale. Und da sind viele mit überfordert, kommen die meisten nicht mehr zurecht. Bei solchen Monitoren kann man wirklich viel einstellen. Da kann man den Kontrast einstellen, die Helligkeit kann man einstellen, die Phase oder eben auch die Bildlage, wie man hier sieht. Und ich kann sogar hier die Farben einstellen. Wenn ich diesen Regler hier zurückdrehe, ist er auf einmal nur noch schwarz-weiß. Da denken mir sicher viele, oh je, der ist kaputt. Und einige dieser Einstellungen, die hat man natürlich auch noch beim TFT-Monitor, Kontrast und Helligkeit zum Beispiel. Aber wer stellt da wirklich noch was ein an einem TFT-Monitor? Hier bei so einem alten analogen Monitor muss ich das auf jeden Fall aber machen. Und das lohnt sich auch, weil dieser Monitor ist mehr als kultig. Technik war teilweise ein bisschen komplizierter früher, als er heute ist. Je nachdem, wie man das Ganze natürlich sieht. Auf jeden Fall hatten die Geräte damals mehr Knöpfe und Schalter. Hier auf der Rückseite habe ich nochmal sechs Knöpfchen und Schalter. Dann noch den Ein- und Ausschalter. Ich denke mal, den können die meisten auch ohne Bedienungsanleitung finden und bedienen. Aber bei den anderen Sachen, da sieht es hier schon ein bisschen kniffliger aus. Ganz links der Ein- und Ausschalter. Dann habe ich hier die 230-Volt-Buchse. Und dann habe ich noch verschiedene Möglichkeiten hier, Geräte anzuschließen und eben das Bild einzustellen. Dieser Monitor, der Commodore 1084 S D1, der wurde 1991 hergestellt, dieses Modell, so wie es hinten eben auch draufsteht. Das ist ein Stereo-Modell. Den gab es auch als 1084. Da war Ramone und 1084 S steht da für Stereo. Und wenn man sich hinten eben die Anschlüsse anguckt, da sieht man eben nur einen Sub-D-Stecker, einen neunpoligen. Und dann habe ich hier noch vier Cinch-Buchsen. Und darüber kann ich eben den Monitor anschließen an den PC, an eben eine Videospielkonsole, an einen Heimcomputer, an einen Amiga, an einen Atari ST. Da brauche ich natürlich die entsprechenden Kabel für die entsprechenden Adapter. Und viele sind da, denke ich mal, schon überfordert, weil da keine HDMI-Buchse dran ist, da ist keine VGA-Buchse dran. Und diese klassische HF-Buchse von Heimcomputern gibt es hier auch nicht. Hier habe ich mal ein Beispiel. Das ist ein klassisches Videospiel Activision. Und das ist ungefähr 20 Jahre alt. Das ist ein Joystick mit eingebauter Videospielkonsole. Und das hat einen F-Bus oder Composite-Ausgang. Das ist sehr leicht zu erkennen an den beiden Cinch-Steckern, die hier dran sind. Das ist einmal ein gelber und dann ist das ein weißer. Und gelb bedeutet eigentlich immer Video und weiß bedeutet dann Audio. Und das kann ich direkt hier an den Monitor anschließen. Diese beiden Cinch-Stecker oder auch Kinch-Stecker genannt, je nachdem, wie man das aussprechen möchte, die müssen natürlich logischerweise auch in die Buchsen nach rechts rein. Und dieser Monitor hat vier Buchsen. Und da steht hier oben Chroma Audio R, also Audio rechts. Dann unten das weiße Audio links. Das wäre in diesem Fall der weiße Stecker. Und der gelbe Stecker, der enthält ja das Videosignal. Der kommt dann eben hier in die gelbe Kinch-Buchse rein. Unten drunter steht ja CVBS-L. Und hier habe ich noch einen Knopf. Da kann ich eben diesen gelben Eingang schalten zwischen CVBS und LCA. Das Videosignal, was hier über den gelben Stecker reinkommt und über den roten Van vorhanden, wird also interpretiert als CVBS-Signal. Wenn der Knopf reingedrückt ist, das ist er jetzt. Und wenn er rausguckt, dann ist es ein LCA-Signal. Da kann ich hier den Knopf nochmal schalten. Also jetzt LCA und jetzt dann eben CVBS. Also wenn das hier rausguckt, dann muss ich Chroma noch mit anschließen. Und CVBS, das ist das, was man in Deutschland als F-Bus-Signal kennt, als Composite. Da ist der Knopf hier reingedrückt. Die Abkürzung CVBS, die hier hinten auf dem Monitor draufsteht, heißt also nichts anderes als F-Bus, das gute alte F-Bus-Signal oder auch Composite-Video, wie das in Deutschland hier bezeichnet wird. Und CVBS ist die Abkürzung für Composite-Video, Baseband-Signal. Wenn man ein anderes Signal hat, eben dieses LCA-Signal, was für Luma-Chroma-Audio steht, dann brauche ich einmal den gelben Stecker und den roten Stecker hier oben. Und das gab es zum Beispiel beim Commodore 64. Da gab es dann die entsprechenden Adapter, die dieses Signal geliefert haben, eben mit dieser Chroma-Information, also mit dem roten Chin-Stecker. Das LCA-Signal ist eigentlich nichts anderes als das, was man später bei PCs als S-Video bezeichnet hat. Das waren ja diese kleinen Mini-DIN-Stecker, die man hinten an der Grafikkarte hatte, an der VGA-Karte, wo man einen analogen Monitor anschließen konnte. Und mit einem entsprechenden Adapter wäre das hier mit diesem Monitor auch möglich gewesen. Aber S-Video gab es hauptsächlich in den USA, hat sich hier nie wirklich durchgesetzt. Und mit diesen zwei kleinen Kabeln kann ich eigentlich jede alte Videospiel-Konsole, jedes alte Videospiel anschließen, zum Beispiel eine Sony Playstation oder Sega Mega Drive geht oder Nintendo NES oder eben hier diese Joysticks und viele Heimcomputer, die eben auch einen entsprechenden F-Bus-Ausgang hatten oder auch Composite genannt. Und genau so funktioniert jetzt dieses Videospiel, was ich da angeschlossen habe. Farbe ist erkennbar. Was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke und das sozusagen falsch einstelle? Dann fehlt die Farbe, eben weil Chroma, also eben die Farbe, nicht angeschlossen ist, liefert dieser Joystick wie die meisten Videospiele ja gar nicht. Kann ich einfach hier korrigieren. Also wenn man keine Farbe bekommt, muss nicht der Monitor kaputt sein oder das Videospiel ist einfach falsch eingestellt. Dieser Monitor, der hat noch einen zweiten Eingang und zwar diese schwarze Sub-D-Buchse steht RGB unten drunter. Und nicht, dass da jemand auf die Idee kommt, da eventuell einen PC anzuschließen über eine VGA-Buchse mit einem VGA-Kabel und einem Adapter 15-polig auf 9-polig. Diese Adapter, die gibt es tatsächlich, die wurden Anfang der 90er verwendet zum Anschluss von Multi-Sync-Monitoren an eben PCs. Die hatten dann teilweise von NEC eben nur genau diesen 9-poligen Anschluss, eine 9-polige Sub-D-Buchse. Die konnten aber VGA darstellen. Kann dieser Monitor nicht. Also da kann man eben kein VGA-Signal anschließen. Es gibt Adapter zukaufend im Netz. Die kosten dann 50 Euro, die kosten dann 100 Euro. Das lohnt sich aber nicht. Das macht keinen Sinn. Da kauft man sich besser eben einen richtigen VGA-Monitor. Also an diesem Monitor kann man eben Videospielkonsolen anschließen, Heimcomputer und ähnliches aus den 80ern, aus den 90ern. Und hier dieser RGB-Eingang, den kennen mit Sicherheit einige vom SCART-Stecker. Da gab es auch einen RGB-Eingang. Genauer gesagt, da gab es RGB-Signale in diesem SCART-Stecker. Auf der linken Seite habe ich nochmal einen Knopf. Dieser Knopf gehört hier zu diesem Eingang. Da steht dann analog drauf oder eben TTL. Den kann ich hier drücken. Der ist jetzt gedrückt und so kommt er dann eben raus. Jetzt wäre es eben TTL. Und wozu ist das jetzt gut? Analog ist natürlich hier analoges RGB. Das ist das, was meistens verwendet wird. TTL bedeutet digitales RGB. Und das hat man eigentlich relativ selten. Das hatten einige Computer von Commodore gehabt. Commodore hat ja auch mal PCs hergestellt. Wer es noch weiß, den PC10, PC20. Die hatten verschiedene Monochrom-Modi und entsprechende alte Grafikkarten. Die hatten auch genau diesen Anschluss hier. Das ist eben 9-poliger Sub-D-Anschluss gewesen. Und wenn ich so einen alten Commodore-PC anschließen möchte aus Anfang der 90er, dann muss das hier auf TTL eingestellt sein. Ansonsten für alles, was Videospielkonsole betrifft oder Amiga oder eben auch Commodore 64, wenn man ein entsprechendes Kabel überhaupt hat, dann ist es hier der analoge Eingang. Dann muss ich das hier auf analog schalten. Das heißt, der Knopf, der muss gedrückt sein, so wie er jetzt gedrückt ist. Wozu ist der nächste Knopf hier? CVBS RGB. Da kann ich umschalten zwischen den Eingängen. Es switcht sozusagen einmal RGB hier. Dann darf eben dieser Knopf hier nicht gedrückt sein. Und wenn er gedrückt ist, dann nimmt eben der Monitor hier das Signal von der rechten Seite. Und da wird natürlich das angezeigt, was hier reinkommt. Also hier kann ich auch drücken und kann den Knopf hier wieder rauskommen lassen. So sieht das aus. Gedrückt ist eben CVBS. Also gedrückt zeigt eben der Monitor das Signal von dieser Quelle an. Und wenn der Knopf draußen ist, dann wird eben RGB angezeigt. Also das Signal, was hier anliegt. Dieses Kabel, das ist nicht etwa ein Druckerkabel oder ein Anschluss von einem Scanner an PC oder irgendein Mausadapterkabel. Das ist tatsächlich ein Videokabel, ein Monitorkabel. Und das ist Original Commodore. Sieht man hier an dem Commodore-Logo gehört auch eben zu diesem Monitor. Und hier an den breiten Stecker, da kommt eben zum Beispiel ein Amiga 500 dran. So hat tatsächlich der Videoausgang ausgesehen von diesem Amiga. Und das schmale Kabel, dieses hier, das kommt hier hinten in den Monitor. Man sieht da schon, da sind auch nicht alle Kontakte belegt. Wird einfach hier so reingesteckt. Und dann kann ich jetzt hier ein Amiga 500 anschließen. Je nach Signalqualität, je nach Signalquelle muss ich mein Bild per Hand einstellen. Das macht jeder HDMI-Monitor, jeder TFT-Monitor, jeder Smart-TV natürlich automatisch. Und hier ist es eben nicht so gewesen in den 80ern, in den 90ern. Da kann ich einmal eben die horizontale Größe einstellen, die vertikale Größe und dann auch nochmal die Bildlage. Die vertikale Bildlage muss ich hier per Hand einstellen. Und das musste man eigentlich machen, wenn man eben verschiedene Quellen hatte, verschiedene Videospielkonsolen. Da musste man das Ganze hier per Hand immer nochmal nachregeln, wenn man die Konsolen gewechselt hat. Und wenn ich per Hand umschalte mit diesem Schalter, mit diesem RGB-CVBS-Schalter, dann passiert eben folgendes. Jetzt habe ich umgeschaltet auf den Amiga-Eingang, auf diesen Sub-D-Stecker. Da ist natürlich nichts angeschlossen. Und jetzt schalte ich wieder um auf den Chin-Stecker, auf den Joystick, der hier links steht, die Videospielkonsole. Und da kommt man natürlich schnell zu dem Ergebnis, dass vielleicht irgendwo was kaputt ist. Wenn man eben die Knöpfe genug drückt und eben genug verstellt, dann kriegt man irgendwann gar kein Bild mehr. Dann kriegt man entweder ein Bild, was schwarz-weiß ist oder eben gar keins mehr. Und denkt dann natürlich, hey, der Monitor, der ist kaputt. Aber in Wirklichkeit ist das einfach nur eine Einstellungssache. Und dann hat man hier wirklich ein super Bild. Die Bildbreite, die kann ich auch einstellen. Das wird hinten gemacht. Das ist ein ganz schönes Gefummel. Man kann da ziemlich schwer hingreifen und auch gleichzeitig dann vorne noch gucken. Die Größe kann ich einstellen und auch die Bildlage, die Vertikale, wie man das eben gesehen hat. Und bei einigen Quellen ist es in der Tat so, dass das Bild dann anfängt zu laufen, dass da irgendein Geisterbild angezeigt wird, wo man natürlich auch als unbedarfter Technikanwender zu dem Schluss kommt, dass da irgendwas defekt ist. Aber alles reine Einstellungssache. Diese beiden roten Balken, die man jetzt sieht, die gehören gar nicht eben zum Bild. Die muss ich eben hier rausregeln. So ist das okay. Und dann kann ich das Ganze noch in der Höhe machen. Unten habe ich wieder einen roten Balken. Ein bisschen runter und die Bildlage noch ein bisschen angepasst. So sollte das sein. Warum da einige Regler vorne sind, andere hinten sind, das erschließt sich mir auch nicht. Wer es weiß, einfach mal in die Kommentare schreiben, was das hier für eine tiefere Bedeutung hat. Warum der nicht hinten ist oder die anderen nicht vorne sind. Das wäre natürlich wesentlich einfacher. Aber auch da gilt natürlich, da kann man eine Menge verstellen. Dieser Monitor, der hat tatsächlich noch einen grünen Modus. Also wenn man diesen kleinen Knopf hier unten nicht findet, da denkt man, Mensch, da sind die Farben kaputt und verkauft das Gerät als defekt. Hier unten, da ist eben der Knopf, wo ich den Monitor in den grünen Modus schalten kann. Und wozu war der gut? Ganz einfach. Commodore hat er auch in PCs hergestellt. CBM war ja die Abkürzung für Commodore, stand dann für Commodore Business Machines. Und die wollten ja erst mal gar nicht Computer herstellen, mit denen man gespielt hat, was letztendlich ja passiert ist. Und da hatte man eben gerne so einen grünen Modus gehabt, Ende der 80er. Und dieser grünen Modus, der war eben für die Commodore PCs, also für PC 10, PC 20, PC 30. Und wie die alle hießen, den braucht man natürlich jetzt so beim Spielen überhaupt nicht. An diesen Monitor kann man auch noch eine Xbox anschließen. Das ist hier die originale Xbox von Microsoft, die erste, die rauskam. Und die hat ja einen analogen Ausgang, eben mit diesen drei Cinch-Steckern. Einmal gelb, einmal weiß, einmal rot, das heißt einmal Bild, Video und dann zweimal Audio. Und da passt es ja prima drauf. Das ist das Originalkabel von der Microsoft Xbox. Und wenn man genau hinschaut, sieht man schon, da stimmt was mit den Farben nicht. Das hier, das ist nämlich Audio rechts. Das ist nicht Chroma, auch wenn das hier rot ist und das wird hier so reingesteckt. Das weiße, das ist Audio links, das kommt hier rein. Und das gelbe, das ist das Videosignal, das kommt dann auch hier tatsächlich in den gelben rein. Das Chroma hier oben wird gar nicht benutzt. Hier habe ich einen Commodore 64 und der hat verschiedene Ausgänge hier hinten. Und da möchte ich mal so ein paar typische Fehler zeigen, die begangen werden beim Anschließen von so einem alten Heimcomputer, hier eben dem C64, an so einen Monitor mit dem analogen Signal. Der C64 hat verschiedene Videoausgänge, einmal hier auf der linken Seite so einen Cinch-artigen Stecker und auf der rechten Seite, da hat es hier einen DIN-Stecker in groß. Und jetzt ist es so, dass viele auf dem Dachboden so ein Gerät finden und wollen das auf jeden Fall irgendwo an einen Monitor anschließen, kriegen kein Bild. Und hier oben nehmen die gerne mal so ein Cinch-Kabel und versuchen das hier mit so einem Monitor zu verbinden. Die suchen dann irgendwo in der Kabelkiste nach irgendeinem geeigneten Videokabel und finden dann auch ein Videokabel. Dieses hier zum Beispiel, das hat auf beiden Seiten einen Cinch-Stecker, auch auf beiden Seiten gelb. Aber das passt natürlich hier überhaupt nicht, weil das ist ja ein F-Bus-Kabel, ein Composite-Kabel oder man könnte es auch als Audiokabel verwenden mit den Cinch-Steckern. Ist ja universal. Aber damit kann ich eben den C64 nicht an der einen Buchse anschließen. Die nehmen dann das Kabel und stecken das hier in diesen Ausgang rein. Und bei ihrem Monitor oder ihrem Fernseher findet ihr dann auch eine gelbe Buchse. Da ist sie ja dann, also kommt das hier rein. Und weil alles gelb ist, dann muss das ja auch passen. Da kann es natürlich kein Bild geben, weil das hier ist ein HF-Ausgang, das ist ein Fernseherausgang. Und da drüben, das ist ein F-Bus-Signal, ein Composite-Signal. Und im günstigsten Fall geht da auch nichts kaputt. Weder der Monitor noch der C64 kann aber natürlich immer passieren. Das richtige Kabel für hier hinten dran beim Commodore 64, das ist dieses und das hat hier so einen HF-Stecker. So sieht das Originalkabel vom C64 aus. Auf der einen Seite so ein schwarzer Cinch-Stecker, auf der anderen Seite eben dieser typische Fernseherstecker für die Buchse, für die Antennenbuchse beim Fernseher früher. Und das hier, das kommt hier so rein. Und das andere Ende kommt in den Fernseher rein. Der Monitor, den ich hier habe, der hat überhaupt nicht so einen Eingang. Und die meisten Fernseher heute haben das natürlich auch nicht mehr. Das ist so ein typischer Eingang aus den 70ern und aus den 80ern. Da habe ich hier noch einen TFT-Fernseher gefunden. Das ist tatsächlich ein Fernseher, das ist ein Samsung. So sieht der von hinten aus. Und da sieht man den entsprechenden Eingang. Das ist der Antenneneingang. Antenne in steht hier dann auch drauf. Und da kann man eben so alte Videospiele anschließen aus den 70ern, aus den 80ern oder eben Heimcomputer aus den 80ern und teilweise sogar noch aus den 90ern. Der hat dieselben Eingänge wie der Commodore Monitor. Sieht nur ein bisschen anders aus, sind ein bisschen anders beschriftet. Und was beim Commodore CVBS hieß, ist hier AV-In. So liest es dann in den 90ern und in den Nullern. Ist das gleiche Signal, aber das gelbe hier ist dann F-Bus oder Composite, dann zweimal Audio. Und RGB-Eingang hat er auch. Ist hier unten zu sehen in Form eben von dieser SCART-Buchse. Da sind einige Pins dann eben für RGB reserviert. Und da kann ich auch einen VGA-PC direkt anschließen. Den kann ich als VGA-Monitor benutzen. Das kann der Commodore ja überhaupt nicht. Und der hat sogar noch hier einen Antenneneingang. So sieht das aus. Da kann ich eben jetzt den Commodore 64 anschließen oder irgendwelche alten Ataris oder andere Sinclair-Computer. Da wird das einfach hier so reingesteckt in den Antenneneingang und fertig. Und der hat auch noch mal S-Video innen, was eben hier als eigener Buchse realisiert ist. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich diesen Commodore-Monitor für 20 Euro bekommen habe, statt für 200 Euro. Weil eben der Vorbesitzer versucht hat, scheinbar dieses Gerät anzuschließen an einen Heim-Computer, eben mit einem Trench-Kabel, eben mit so einem Kabel. Und hat hier den HF-Ausgang benutzt und hat den HF-Ausgang hier eben an AV-In angeschlossen. Das kann natürlich nicht funktionieren und da gab es natürlich kein Bild. Ich habe den Commodore 64 jetzt mal über den anderen Stecker angeschlossen. Der hat ja auch einen Video-Ausgang über einen DIN-Stecker. Das ist hier ein vierpoliges Kabel, was ich hier benutzt habe. Und das ist jetzt nicht F-Bus, sondern das ist eben S-Video oder auch LCA genannt bei diesem Monitor. Und das besteht eben einmal aus diesem gelben Stecker und dann nochmal dem Chroma-Signal und dem Audio-Signal. Und so wird jetzt der Commodore 64 an den Commodore Monitor angeschlossen mit eben diesem Kabel mit vier Cinch-Steckern. Der gelbe Stecker, der hat hier scheinbar gar keine Funktion. Und der schwarze Stecker, das ist Audio, den kann ich hier rausziehen. Das ist der einzige, der farblich passt. Dann das Chroma-Signal ist hier an diesem weißen Stecker zu finden. Die Buchse ist aber rot und hier unten, da habe ich einen roten Stecker. Da ist eben das Bild-Signal und die Buchse, die ist gelb. Also hier passt gar nichts zusammen. Die Farben, die haben hier überhaupt keine Bedeutung. Da kann man sich leider bei diesem Kabel gar nicht dran orientieren. Wie man sieht, gar nicht mehr so einfach heutzutage mit den ganzen verschiedenen Kabeln, mit den ganzen verschiedenen Farben, mit verschiedenen Signalen und verschiedenen Geräten, mit verschiedenen Bezeichnungen auch. Da hat ein Signal oder ein Stecker verschiedene Bezeichnungen bei verschiedenen Monitoren, bei verschiedenen Rechnern und vieles, was heute als defekt verkauft wird, das funktioniert tatsächlich. Und das ist natürlich wirklich mehr als verwirrend eben für Leute, die irgendwas auf dem Dachboden finden, das dann eben wieder mal testen wollen und haben die Kabel nicht mehr oder wissen nicht mehr, wie man die Kabel anschließt. Heutzutage macht jeder eben nur noch HDMI einfach reingesteckt. Stecker sieht immer gleich aus. Ganz egal, welche HDMI-Version man da hat. Seit 20 Jahren gibt es ja HDMI mittlerweile schon. Und es gibt jede Menge Unterversionen von HDMI. Das Kabel ist immer gleich, der Stecker ist immer gleich. Kann man eigentlich nichts falsch machen. Und hier ist das gar nicht mal so der Fall. Ich hoffe mal, es hat euch ein bisschen geholfen, dass ihr ein bisschen weiterkommt, eben mit verschiedenen Videosignalen, mit verschiedenen Steckern, mit verschiedenen Kabeln. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was für Erfahrungen ihr da gemacht habt. Gebt dem Video einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Besucht mal die Seite tooltime.de und die Seite tooltimepedia. Das ist die Seite tooltime.de. Da gibt es über 380 Anleitungen und Tutorials, wie man seinen Rechner repariert, wie man seinen Windows 10, Windows 11 oder Linux installiert und schneller macht, wie man seinen Drucker repariert oder wie man seinen Notebook auseinanderbaut und repariert und jede Menge Tipps und Tricks. Besucht da mal die Seite tooltimepedia. Das ist diese hier. Tooltimepedia ist ein Hardware-Archiv und Software-Archiv aus den letzten 30 Jahren. Da findet man Hardware wie Grafikkarten, Grafikbeschleuniger, wie Mäuse, wie Software, Spielekonsolen, TK-Sachen, komplette PC-Systeme, was sie damals konnten und was sie damals gekostet haben.